herzlich willkommen zu den eifrig news nummer 9 vom 9 november schön seid ihr dabei heute habe ich wie immer drei themen es geht natürlich ums apple event ihr seht vielleicht da dienstagabend großes apple event schon wieder kann man sagen mit einem absolut historischen titel was es damit auf sich hat erkläre ich euch gleich dann gamer für die ist weihnachten und ostern zusammen im moment xbox series x und playstation 5 stehen vor der tür müssen natürlich kurz drüber sprechen und dann etwas was dem schweizer ganz besonders gefällt es gibt ein neues emoji wer hat es erfunden wir schweizer natürlich aber bevor wir loslegen vielleicht noch was in eigener sache gut möglich dass es in zukunft aus auf diesem kanal das eine oder andere video zum thema elektromobilität geben wird in zukunft weil wir haben uns ein neues auto gekauft wir mussten quasi unser 13 jahre alter vw turan diesel traktor ist unerwartet kaputt gegangen hat sich nicht mehr gelohnt den zu reparieren und darum haben wir jetzt den schritt den wir schon seit ich schon seit jahren und wir in der familie vielleicht schon seit einem jahr oder so diskutiert haben jetzt vollzogen wir haben uns ein elektroauto bestellt und was es damit auf sich hat das erkläre ich euch dann in einem anderen video aber ich denke da kann man doch das ein oder andere video darüber machen was heißt das wie ist das wenn man 25 jahre verbrenner fährt und dann plötzlich ein elektroauto hingestellt bekommt im moment telefoniere ich noch mit dem elektriker wegen der wallbox und 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 ganz viele neue themen interessieren mich als technik natürlich extrem so ein elektroauto hat ja mehr software als hardware von dem her gesehen fasziniert mich das schon lange ich sage euch noch nicht was es geworden ist ihr dürft gerne wenn ihr wollt in den kommentaren eine schätzung abgeben was ich mir wohl oder was wir uns wohl für ein elektroauto geholt haben könnten dauert noch vier wochen bis es dann wirklich vor der tür steht aber ja ihr müsst keine angst haben dass es immer noch der eifrig kanal sprich es geht um tech aber ja eifrig goes electric kann man sagen eifrig wird es dann auch also das heißt es gibt natürlich zusätzlich einfach noch zusätzlich neue themen die man durchaus ab und zu mal in videoform auch bearbeiten kann aber das heißt nichts dass wir nicht nach wie vor über technische entwicklungen smartphones und das ganze zeug sprechen da müsst ihr euch keine sorgen machen es gibt also eher dann noch mehr videos als weniger und das behaupte ich mal ist ja ganz positiv weil wenn die kiste bei mir ankommt habe ich zufälligerweise die woche drauf dann gleich vier ganze wochen ferien über zeit und ferien abbauen vor ende jahr sozusagen ja und da habe ich dann richtig schön zeit mit der kiste rumzufahren und mal so ein bisschen zu gucken was heißt das wie weit komme ich damit wie ist das in der schweiz etc wie lädt man die kiste alles so viele spannende themen aber wie gesagt ihr müsst keine angst haben ich werde jetzt nicht zum auto youtuber da gibt es andere die machen das millionen mal besser zum beispiel der car maniac link unten in der beschreibungsbox coole socke aus münchen der testet alles was eine batterie und vier räder hat verlinke ich euch unten also der kanal hier bleibt wie er ist aber es gibt halt ab und zu noch ein thema zu elektromobilität so aber jetzt fangen wir endlich an am dienstag geht es los dienstag 19 uhr wir sind uns ja inzwischen schon ziemlich gewöhnt muss man sagen geht es ums thema apple ein neues event one more thing wurde das ganze genannt und jeder der apple ein bisschen kennt weiß das ist dieser legendäre spruch wo steve jobs immer gesagt hat das event war schon fast durch und hat gesagt ah ich habe noch was kleines und da kamen meistens die ganz coolen sachen hervor dieses mal denke ich ist es nicht unbedingt so das event selber heißt one more thing also das ich glaube das event selber ist genau one more thing also noch eins mehr weil wir hatten ja schon zwei events wir hatten ja das apple watch event im september wo es ipad air auch vorgestellt wurde habe ich ein video dazu gemacht ipad air link da oben und dann aber natürlich hat mir das iphone event vor ein paar wochen wo ja die ganze iphone 12 reihe vorgestellt wurde und jetzt geht es natürlich um die max apple hat ja im september schon gesagt im september quatsch im juni war das ja schon ende juni an der wwdc an der digitalen wwdc haben sie ja gesagt dass hier das mac line up also all die schönen computer mit denen ich arbeite innerhalb von zwei jahren komplett auf die eigenen prozessoren umstellen wollen die apple silicon die a chips die ja unter anderem im iphone drin stecken und das ist jetzt quasi der erste schritt man erwartet tatsächlich drei neue macbooks macbook air macbook pro 13 zoll und macbook pro 16 zoll sollen quasi neu rauskommen mit diesen apple silicon chips drin und ja ich bin extrem gespannt ich bin ein die hard mac fan noch viel mehr als beim iphone ganz ehrlich gesagt ich sage immer das iphone kannst du mir wegnehmen da gibt es so tolle smartphones im android bereich kein problem wenn du mir den mac weg nimmst habe ich definitiv ein größeres problem ich arbeite seit 1993 94 mit max natürlich dazwischen auf arbeit immer mit windows und ich habe mir gesagt ja gut windows das ist ja vor allem ärger aber das ist mir egal weil es war ja mein job ich habe ja it it firma alles das zeugs gemacht it projekte da konnte ich mich auch über windows ärgern habe ja geld verdient zu hause wollte ich mich aber nie ärgern darum hatte ich zu hause schon immer ein mac inzwischen bin ich ein alter sack und mag mich auch auf arbeit nicht mehr ärgern darum habe ich auch auf arbeit ein mac weil unser arbeitgeber stellt es uns frei ob man windows will oder mac habe ich mir natürlich für mac entschieden ja auf jeden fall ist natürlich ein riesenthema für mich wenn die macs jetzt wegkommen von intel hin zu diesen arm basierten apple silicon chips das hat ganz ganz viele implikationen das diskutieren wir nicht hier aber wir werden das sicher im apfelfunk dann ausführlich diskutieren apropos das event ist um 19 uhr dauert wahrscheinlich plus minus eine stunde so wie die letzten online events ja alle von apple ungefähr gedauert haben und wir werden dann danach wahrscheinlich so gegen halb neun malte kirchner und ich auf dem apfelfunk youtube kanal werden wir uns live zusammenschalten und ein apfelfunk spezial machen rund eben um dieses thema was wurde da vorgestellt eine erste einschätzung wie war das ganze auf was können wir uns freuen im mac bereich würde mich natürlich extrem freuen wenn ihr dabei seid link unten in der in der box so dann ist es ja so noch nicht ganz finish apple quasi diese woche also seit freitag eigentlich ist es ja so dass wir die neuen iphones schon bestellen vorbestellen können nämlich das iphone 12 pro max und das iphone 12 mini das sind ja die zwei iphones die bisher noch gefehlt haben wir hatten bisher ja das iphone 12 und hier mein iphone 12 pro aber in der normalen für mich kleinen variante und jetzt kommt quasi noch das ganz große und das ganz kleine iphone und die kommen am freitag dem 13 auf den markt also diesen freitag wenn alles gut geht wenn der zoll mitspielt ihr wisst in der schweiz wir sind postalisch quasi in afrika das immer ein bisschen kompliziert aber wenn alles klappt dann sollte ich mein testgerät mitte woche spätestens erhalten oder meine testgeräte ich rechne mit beiden dem großen wie dem kleinen also könnt ihr natürlich davon ausgehen ich werde videos machen ich werde die auspacken ich werde sie mit den schon erhältlichen iphone 12 modellen vergleichen da kommt ganz viel content hier auf diesem kanal in dieser woche sobald ich die iphones habe werden die natürlich vor die kamera gezerrt so das war es zum iphone und gamer für gamer ist es ja jetzt quasi die nächsten zwei wochen also diese woche hier und die nächste woche sind ja weihnachten geburtstag ostern heirat alles zusammen quasi an einem tag weil es gibt neue spielkonsolen neue spielkonsolen generationen das ist ja nicht etwas was alle paar tage mal passiert das passiert ja nur alle paar jahre und zwar ist die xbox series x und die etwas schwach brünstigere in anführungszeichen xbox series s kommen raus die kommen schon am dienstag also am 11.11. kann man die schon ach quatsch der 11.11. ist gar kein dienstag was erzähle ich denn da für mist das ist was haben wir denn jetzt haben wir den 9. ist montag 10. also am 11. am mittwoch kommen die in den verkauf sony lässt sich noch eine woche länger zeit die playstation 5 die kommt dann am 19.11. auf den markt alle gamer haben natürlich von schon vorbestellt wer jetzt noch vorbestellen will der ist definitiv zu spät ihr werdet das nicht kriegen wenn sie rauskommen wenn ihr glück habt kriegt ihr es vor weihnachten ich bin ein bisschen pessimistisch das ist jedes jahr das gleiche ein riesen run in den ersten paar wochen auf die konsolen sony hat übrigens schon gesagt ihr müsst gar nicht erst versuchen in den laden zu gehen und bei mediamarkt irgendwie noch eine box zu ergattern weil sony macht das ganze online only also es wird keine keine playstation 5 geräte in den läden im versand im handeln im normalen handel geben man kann das nur online machen also müsst ihr nicht in mediamarkt rennen oder so wegen corona natürlich finde ich eine gute entscheidung ganz ehrlich gesagt also ich halte gar nichts davon sich jetzt bei der zeit irgendwo mit hunderten anderen die so ein ding wollen in eine schlange zu stellen und dann quasi um die letzten paar karton boxen zu streiten lieber online bestellen dauert im allgemeinen gleich lang und eben ihr müsst nicht anstehen und irgendwann kommt es ja dann zu euch nach hause microsoft macht das nicht so also man kann durchaus am 11.11. mal gucken ob man irgendwo im laden seiner wahl im elektronikfachhandel oder so noch so eine xbox x kriegt ich bin da eher pessimistisch der run ist einfach immer riesengroß drauf der lorenz keller ehemaliger blick digital redaktor und jetzt bei ähm bei einer eigenen webseite die sie da betreiben ähm der hat die beiden schon getestet der hat die beiden auch verglichen playstation 5 und xbox series x er ist genauso kein hardcore gamer wie ich also von dem her sage ich mal so casual gamer früher mehr gespielt als heute das passt auf mich auch perfekt darum verlinke ich euch seinen beitrag da unten von seiner webseite das canvas ähm direkt unten in der beschreibungsbox schaut doch da mal vorbei viele tolle fotos und wie ich finde auch ein sehr interessanter testbericht weil er die zwei halt so ein bisschen vergleicht und sagt für wen ist was wir hier zu hause sind eher team playstation muss ich ganz klar sagen meine meine jungs ich habe zwei zwei buben die spielen playstation wir haben eine playstation 4 pro am 4k fernseher also eigentlich super cool aber ja natürlich wollen wir auch die playstation 5 keine frage ich will die auch ausprobieren aber ich habe mich bis jetzt auch noch nicht drum gekümmert wie gesagt ich bin kein hardcore gamer mal schauen ob ich dieses jahr noch eine ergattern kann und sonst wird es dann halt januar oder so da bin ich relativ relaxed und entspannt wobei ich natürlich sagen muss trotzdem auch bei den spielkonsolen obwohl ich kein gamer bin mich reizt halt neue technik mich reizt neue gadgets das ist das was mich antreibt und ähm ich würde das schon sehr sehr gerne ausprobieren also ich hatte früher mal eine xbox ich hatte eine zeitlang sogar beide früher ganz früher xbox one hieß die glaube ich also die erste mit der habe ich viel gedaddelt und dann bin ich dann rüber zur playstation playstation 3 und dann playstation 4 vor allem und dann habe ich die mal weil die kaputt da ging das dvd laufwerk kaputt habe ich die mal gewechselt dann zur 4 pro und jetzt steht die 5er an die 5er übrigens gibt es in zwei Varianten es gibt ja die normale playstation 5 für 4,99 und dann gibt es die playstation 5 digital edition das ist die genau gleiche nur ohne blu-ray laufwerk die kostet 100 franken weniger oder oder euro also 3,99 und bei xbox ist es so die xbox series x kostet auch 4,99 also quasi die full blauen schieß mich tot megakiste und dann gibt es ja noch die xbox series s die ist dann 200 franken weniger teuer die ist dann deutlich günstiger auch als die playstation digital edition ist aber auch weniger die hat auch weniger power muss man ganz klar sagen also wenn ihr the real deal wollt alle möglichkeiten extrem für die nächsten paar jahre seid ihr ready 8k wenn es sein muss dann müsst ihr euch schon eine xbox series x holen oder eben dann gleich eine playstation 5 ja mal schauen schreibt mir unten rein gamet ihr überhaupt und wenn ja auf was gamet ihr oder gamet ihr auf nintendo nintendo switch zum beispiel oder eben mehr so ein bisschen hardcore mäßig oder dann ganz die die echten freaks die gamen ja auf dem pc würde mich interessieren dürft ihr mir gerne da unten reinschreiben ich habe keine ahnung ist für mich so ein bisschen black box dieses ganze gaming ich finde es zwar super spannend aber ich bin selber recht ungeschickt wenn ich mal versuche mit meinen jungs fortnite zu spielen überlebe ich 15 sekunden und sie spielen dann ballern alle anderen weg so ist das halt mit kindern so also dann der letzte programmpunkt auf den bin ich ein bisschen ein klein bisschen stolz und zwar geht es um emojis ihr wisst vielleicht wenn ihr mir auf anderen kanälen folgt ich bin jetzt nicht der ganz große emoji freak ich brauche immer die 4-5 gleichen smiley irgendwie daumen nach hoch oder irgendwie schlecht gelaunt oder so aber ich brauche nicht 3000 emojis wie sie inzwischen ja auf modernen smartphones drauf sind was ich aber immer mal gerne wollte war das fondue emojis ihr wisst ich komme aus Bern ich bin ein schweizer und fondue wir schweizer haben es ja erfunden das ist nicht das was jetzt ihr da draußen wenn ihr aus deutschland kommt als fondue meint ihr meint nämlich so quasi fleischklöpse in heißes öl und so sondern was wir fondue ist eigentlich heißer käse großer topf und dann rührst du damit brot rein das ist fondue und da gibt es jetzt ein eigenes emoji dazu und das ist insofern spannend weil es einfach cool ist also wenn ich jetzt jemanden einlade zum fondue kann ich einfach das fondue emoji rüber schicken und aber vor allem auch ist es cool weil das nämlich zwei schweizer angeregt haben zwei damals zwei schweizer tech journalisten von 20 minuten von der digital redaktion die haben das vor vielen jahren eingereicht und den ganzen prozess durchgemacht das ging glaube ich drei oder vier jahre mit hin und her und abgelehnt und design vorschlägen und so dann anfang 2020 wurde es tatsächlich angenommen und kommt jetzt quasi per update auf die smartphones drauf die ganze story verlinke ich ebenfalls da unten in der box vom tobias bolzan und dem stefan werli die haben das quasi damals angeregt und dank ihnen haben wir jetzt ein fondue emoji wer hat das das haben alle die die ein iphone haben und jetzt 14.2 drauf geknallt haben also ios 14.2 das kam am freitag donnerstag vor ein paar tagen kam das als update raus bei android ist es ein bisschen schwieriger da muss man android 11 haben also die ganz neueste version dort ist das auch drauf problem ihr kennt die problematik bei android du kriegst updates wenn überhaupt erst extrem viel später also von dem her gesehen es gibt noch kaum android 11 smartphones außer ihr habt die pixel die ganz originalen google smartphones aber alles andere muss noch warten das geht jetzt dann los so dezember kommen die ersten januar februar und wenn ihr Pech habt kriegt ihr es nie das ist halt so bei android aber auf jeden fall es braucht die neuesten versionen vom betriebssystem egal ob iphone oder android und dann könnt ihr ein ein fondue emoji verschicken und ja ich finde es einfach lustig ihr habt es ja gesehen es sieht einfach cool aus so das waren die iFreak news dieser woche ich hoffe es hat euch spaß gemacht ganz ganz herzlichen dank sowieso für die vielen vielen kommentare die ihr mir immer schreibt ich finde das super interessant ich finde das spannend es ist ganz tolle kritik ganz konstruktive kritik überhaupt kein blödes man hört ja so von vielen leuten youtube die kommentare die sind alle doof überhaupt nicht also offensichtlich haben wir hier auf meinem kanal so eine ganz coole community ich freue mich wirklich riesig drüber über jeden kommentar über jeden like und natürlich über jedes abo das freut mich fast am meisten ehrlich gesagt weil das halt einfach cool ist wie das hoch geht auch in den letzten wochen also ganz ganz herzlichen dank mal von meiner seite an dieser stelle ja und eben wenn ihr wollt abonniert klickt die benachrichtigungsglocke dann kriegt ihr mit wenn ich ein neues video raushaue und ab dezember mitte dezember wahrscheinlich geht es dann los mit auto news ab und zu beziehungsweise einfach e-mobility news beziehungsweise ganz konkret einfach mein auto und was mir da so auffällt da werden wir sicher was lustiges machen können zusammen und ja wie gesagt wenn ihr wollt schreibt unten rein und überlegt euch was holt er sich wohl der frick gibt ja inzwischen recht viel auswahl ist ja nicht mehr so wie vor zwei drei jahren mal schauen also ich freue mich riesig so oder so ich wünsche euch einen ganzen tollen tag eine ganz tolle woche und vor allem bleibt gesund und bis bald wir sehen uns tschüss bis bald 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 Untertitelung des ZDF, 2020